wassalamu alaikum ich bin's meine brüder abdul ibn abdul der mit las vegas ihr wisst nun heute habe ich andere beschwerde scheiß westen scheiß frauen von westen ich schwöre ich liess keine zeitung mehr ich hab immer diese gq gekauft aber jetzt ist kaputt das ist zeynep zeynep ist meine frau sie ist 14 jahre ich schwöre sie hat keine probleme mit mir ich schwöre ich kann dafür bezogen so wahr ich hier sitze ich habe geld weißt du ich habe geld triamulti triadär und ich schwöre ich mach auch obama kaputt mir egal zeynep meine frau 14 jahre ist sie sag ihr wie du mich liebst hallo ich bin zeynep mein mann ich ich viel liebe ja ihr seht mit dieser neue modell gar nichts mehr sehen sie kann gar nichts mehr sehen sie kann ich mir einkaufen kann ich raus alles zu hier alles zu weniger probleme ich schwöre bruder du hast weniger probleme was nimmst du dich ich bin am reden ja meine brüder das war es von euren onkel dubai hoch lebe schlechte weste wassalamu alaikum rahmetullah